Der Kinderableger von Let's Dance bleibt nicht der zahlenden Kundschaft von TVNOW vorbehalten, sondern findet auch den Weg ins Programm von RTL. Ab dem 16. Mai laufen die vier Folgen, in denen das Dancing-Sternchen gesucht wird, immer sonntags um 19.05 Uhr. Jede Folge steht dabei unter einem bestimmten Motto. Los geht's mit der Sommerparty, ehe in der zweiten Woche die Movie Night wartet. Wie das normale Let's Dance wird auch der junge Ableger von Daniel Hartwig und Viktoria Swarovski moderiert. Auch die Original-Jury bestehend aus Joachim Jambi, Mozi Mabuse und Jorge González ist mit von der Partie. Obwohl die Show nicht live ist, gibt es auch hier den Faktor des Publikums-Votings, für den 100 Haushalte während der Show online zugeschaltet waren und über die Performances abstimmen durften. Unterstützt werden die jungen Tanzpaare in Sachen Choreografie und Tanzschritten von bekannten Let's Dance-Tanz-Profis. Sergio Luca coacht Maris Onek, Sohn von Erdogan Atalay, und Jana Lemberski, Regina Luca steht Zoe Balliö, GZSZ, und Mischa Backschäf zur Seite, Victoria Kleinfelder-Zibis coacht Angelina Stecher-Williams, Tochter von Alexander Klaus Stecher und Judith Williams, und Eric Rettig. Roberto Elbeniz steht an der Seite von Jona Shevchenko, Tochter von Tanja Shevchenko, und Tizio Thiago Domingue da Silva, Melissa Ortiz Gomez coacht Spencer König, die Pfefferkörner, und Selma Lohmann. Bei TVNOW waren bislang zwei Folgen zu sehen, über die Abrufzahlen ist wie üblich nichts bekannt. Millika Möchtend 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 Möchtend